ARD Text im Auftrag von Funk Wo sind wir hier? Was zum Teufel geht hier vor? Ich sollte euch aus einem bestimmten Grund herholen. Machen Sie die Tür auf! Hilfe! Blumen auf dem Kopfkissen, Blumen im Badezimmer. Als wären wir wichtig. Unsere einzige Chance ist, dass wir den Kerl alle zusammen angreifen. Wer ist das? Vielleicht kann sie uns helfen. Wir sind hier! Hilfe! Wir sind hier drin! Keine Sorge. Er darf euch nicht anrühren. Er weiß, wozu ihr hier seid. Er hört auf mich. Mein Name ist Hedwig. Wie alt bist du? Neun. So ein Fall ist mir noch nie untergekommen. 23 Identitäten leben in Kevins Körper. Wer sind sie? Hilf mir hier raus, Hedwig. Nein! Willst du mich reinlegen? Dann verrate ich dich. Du cleveres Ding. Ein Individuum mit multiplen Persönlichkeiten, die ihre Körperchemie verändern können. Durch ihre Gedanken. Jemand kommt dich holen. Wer kommt? Die Bestie. Nein! Hier ist ein Mann. Er hat uns entführt und er will mich umbringen. Wir sind für etwas bestimmt. Für etwas Grauenhaftes. Die Welt wird es nun verstehen. Die Bestie ist real. Er hat schlimme Sachen mit Leuten gemacht und er macht schlimme Sachen mit euch. Die Bestie ist real.